Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt ist es hier in Squid Brotherhood. Es geht weiter hier im Kontext und ich weiß gar nicht, womit wir weitermachen sollen. Es ist ja auch schmiererwitzig, nicht wahr? Halt den Maul. Okay. Es tut mir leid für die letzten zwei Parts, da war ich etwas undeutlich zu hören. Das lag daran, dass ich noch meine, wie heißt das, meine Fallout 4 Aufnahmeeinstellungen, genau das war das Wort, eine Fallout 4 Aufnahmeeinstellungen noch drin hatte. Ist mir auf die Fresse gefallen, aber es tut mir leid. Und die Fallout 4 Aufnahmeeinstellungen haben halt nur 20% Mikrofon und 80% Spiel und Assassin's Creed Brotherhood braucht 40% Mikrofon und 60% Spiel. Das sollte man ja jetzt merken, ja. Ja, ein bisschen. Und ja, deswegen hat man mich vielleicht etwas schlecht gehört. Es tut mir leid, aber ich hoffe, es ist diesmal gefixt. So, ich meine, ich habe es umgestellt. Ich bin, sollte man mich jetzt hören. Okay. So, was machen wir heute? Ich weiß es nicht, wie gesagt. Wir gucken wir uns da einfach mal die wiederhergestellte Erinnerung an. Und vielleicht sollten wir auch mal langsam die Hauptmission weiter machen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Nein, da geht es ja noch weiter. Ja, so ein richtiger Turner. Ja, ich komme eingezahlt. 20.000, nice. Äh, 10.000 machen wir jetzt ja alles, sonst Minuten. Das, äh, können Sie sich halt sehen lassen, ne? Okay, wo ist hier die Erinnerung? Raum unten, links, rechts. Ich bin nochmal darüber. Hallo, Erinnerung. Ah, in der Tür. Hallo, Tür. Was geht ab Tür? Ach. Ach, haben wir alle Gemälde jetzt wieder drin, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Glaube ich. Habt ihr etwas gefunden? Da ist nichts. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denk nach! Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai, hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe. Davon wisst ihr also auch? Rap. Herr Pickel am Mund, der nervt mich. Davincis Geheimcode. Leonardo versteckte Zeichnungen zusammensetzen, um den Eingang der Katakomben mit dem Tempel der Pythagorea zu finden. Was? Okay, um den Eingang zur Katakomben weniger als 5 Minuten finden. Oha. Holy moly. Äh. Eingabe zoomen. Aha. Guck mal, hier ist irgendwas. Ähm. Eingabe. Da sind Zeichnungen auf den Bildern. Cool. Wir hatten recht. Hier ist ja auch was. Hier ist noch eine. Ich würde es auch noch was haben. Nein. Halt doch hier. Äh. Eingabe. Uhuh. Ist das so? Jesus. Da bleiben mir nur noch die anderen übrig. Hohoho. Okay, zoomen wir mal rein. Galileo Mystery. Wird dieses Rätsel auf sich lösen. Pardon. Oh Gott. Der kam spontan. Äh. So. Was haben wir denn hier noch? Oh Gott. Ist das immer nervig. Immer wenn ich aufnehme, muss ich anfangen zu niesen. Das ist ja echt zum Kotzen. Mein Gott. So. Wo haben wir denn hier noch was? Mit dir in der Fresse haben wir ja nichts mehr. Das haben wir ja schon festgestellt. Oder? Wir gehen mal am äußersten ran. Äh. Wie da ist was? Achso. Sind wir zwei. Mit diesem seid ihr fertig wie ich sehe. Ja ist das so. Was du so alles siehst während du in den Kamin guckst. Sind wir hunderte? Nein. Zwei. Okay. Hier ist Nummer eins. Hier ist eine Zeichnung. Äh. Hier ist ein Fleck. Scheint mir zumindest ein Fleck zu sein. Können wir keine größere Lupe haben? Das wäre nervig. Dies ist schon nervig. Ähm. Ich weine mich grad so ein bisschen. Weil wir sollen es ja unter 5 Minuten schaffen. Das ist ja. Uiuiuiui. Herausforderung pur. Also man wusste ja nicht. Letzte. Scheiß große Bilder hätte ich nicht kleine Bilder machen können. Guck mal ganz systematisch durch. Ah. Guck an. In diesem waren auch zwei versteckt. Ja ist das. Ist ja spannend ey. So. Hast du wieder zwei? Bei dem alten Mann, der nicht fertig war. Ah. Wichsflecken. Cool. Ja. Man kann sein Porträt auch zu sehr lieben. Äh. Beziehungsweise eine Meister. Aha. Da ist eine Zeichnung. Ist das so. Da ist auch eine Zeichnung. Uh. Alle gefunden. Mensch. Sachen gibt das. So. Was ist aber dann mal gefallen? Ist das ein Frettchen? Oder ein Marder? Ist das ein Marder Hund? Keine Ahnung. Ich hab eine. Da hast du wohl eine. Ach. Ich habe zwei gefunden. Bisschen. Richter Detektiv. Hey. Da war ich aber nicht zuletzt dran. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Aber ich kann nicht malen. Ach du Scheiße. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Äh. Nein. Tja. Hinweis. Einige Stücke sind beim Branden in der Villa verloren gegangen. Ach. Das ist. Ich hasse Puzzle. Ich hasse Puzzle. Aber das scheint mir oben zu sein. Das ist immer seitlich. Ne. Warte mal. Das ist oben. Ok. Das ist Nizza. Ok. Das freut mich schon mal. Äh. Das ist seitlich. Das ist eigentlich auch seitlich. Ne. Danach kann man nicht gehen glaube ich. Oder? Ach. Ach. Die können wir auch noch. Ach du scheiße. Wir müssen die auch noch drehen. Warte mal. Ach. Ach. Aber guck mal. Das ist schon mal richtig. Das ist schon mal richtig. Das ist schon mal richtig. Warte mal. Gehen wir nun mal weg. Und dann drehen wir dich nochmal. Warte mal. Womit drehen wir mit Ende? Warte mal. Das ist auch richtig. Ist auch gar nicht so schwer. Äh. Wie ich dachte. Ist ja cool. Ha. Ne. Das passt da nicht hin. Passt da auch nicht hin. Passt da hin. Ha. Ja. Ähm. Da kann ich nur da oben sein. Ha. Gehen wir zurück. Wehm. Halte durch alter Freund. Ich komme. Ja. Ich hab mir jetzt wieder in alle befremd. Oder weißt du erst auf freien Fuß. Dachte ich. Ach. Fehlgeschlagen halt deine Fresse. Alter. Ich. Ich. Ich hau dir gleich die Zähne aus. Du Miststück. Okay. Ähm. Wo ist denn das? Hier. Wie der Herricke steht hier. Ja. Machen wir mal. Was soll schon schief gehen. Ist im Weg. Ich muss wieder niesen. Darauf habe ich keinen Bock. So. Nein. Verpiss dich. Die beliebte Ballade über den hübschen Knabmaus. Nein. Weiß ich nicht. Vielleicht dann. Dem ist das gelaber. Hilger sollten nach Einbruch der Dunkelheit die Brücken der Stadt meiden. Sollten sie die. Machen sie aber nicht. Warte mal erstmal loben uns. Die Truhe. Und dann hüpfen wir da mal rein. So. Tomaten. Geil. Aber die mehr. Die Einzahl von Tomaten. Ist Tomate. Na ja. Na ja. Gut. Weiß halt. Google mich. Ihhh. Käfer. Ihhh. Ein Käfer. Ist das ein Käfer oder das ist das Dreck. Hätte das das Dreck sein. Ich will da nicht rein wenn da Käfer drin sind. Nein. Dann geh ich da nicht rein. Ich weigere mich Ezio. Ich warne dich. Ich warne dich nicht mit mir an. Scheiß. Wir haben ein Schwergrad wegwerfen aus Protest. Heisch. Wieder Katakomben. Juhu. Na was müssen wir jetzt machen. Innerhalb von 5 Sekunden abschließen. Oh schon raus. Ich warte aber. Dann kann ich wieder meinen Warlack anmachen. Der Tempel des Pythagoras. Die Katakomben mitreden um Leonardo zu fienden und von seinen Entführern zu befreien. Kein Quadratik. Die Katakomben. Juppie. Leonardo mein Feind. Ich komme. Aber das verstehe ich nicht. Ich meine. Wenn der. Wenn der jetzt angeblich entführt wurde. Wieso konnte er noch vor 5 Minuten. Noch äh. Uns Sachen geben. Das verstehe ich nicht. Ich möchte da rüber. Achso. Dann müssen wir sowieso rüber. Nein. what that means. photon, guy medium. Klappen gegen Rode. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. So, witzige Gletterpartie, denke ich mal, oder? Aua. 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 Der ist voll gerade drin. Eine Welt zu schaffen, eine, in der wir frei sind, unser eigenes Schicksal zu schmieden. Und was, wenn ich lieber kein Teil deiner Vision wäre? Das wäre dumm. Siehst du es nicht? Wir vernichten die Unwissenheit, befreien die Menschen von ihren Standesgrenzen und Königreichen, von ihren tierischen Gefühlen. Jedermann wird die Wahrheit erkennen können. Mich hier im Dunkeln zu verprügeln, das Volk Italiens erleuchten. Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr können wir die Köpfe und Herzen der Menschen öffnen und sie mit Wissen füllen. Wie der Herr, so es geschah. Das ist der hermetische Eid. Zusammen verwandeln wir die Menschheit in... Oh, schade, gut. Halt! Etzio, Auditore! Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt. Römische Ignoranz ein Ende setztet. Überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuleuten. Soll ich unseren Freund mit Dritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution ohne euch statt. Ucciderlo. Ucciderlo. Achso, das heißt, ich möchte die mit in Deutsch umbringen. Na, Öl aus's Maul. Du bist zuerst. Okay. Leonardo, ich muss es wissen. Dann kommt der Rest von euch dran. Von euch Spießgesellen. Also ich bin ehrlich, so Kämpfer sind eigentlich in dem Spiel fast schon viel zu einfach. Fast. Na? Auch noch. So geht das, Kollege. Naja, da kommst du. Los! Stopft ihn! Pfff. Trottel. Haltet euch fern von mir, Assassino. Im Inneren sind wir alle gleich. Und doch setzen diese Leute die Hexenjagd fort. Halt's Maul. Sollen wir unsere primitive Herkunft denn nicht überwinden? Scheint mal nicht, weil meine Aufgabe war es, dich hinzubringen. Ich will mein Schwert wieder haben. Ihr? Ein Assassine? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese verlorenen... verfeindeten Reiche. Ich hätte ihr Leiden beendet. Que tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Google was hat so raumlich hier. Ich bin halt. Ha, volle Fischwert in der Fresse, ey. Ey, nimm das Schwert wieder mit. Komm, verschwinden wir von hier. Das geht nicht, Ezio. Nicht ohne den letzten Raum des Tempels zu erreichen. Du bist verletzt. Das wird schon wieder. Wenn diese Zahl noch intakt ist, riskieren wir, dass ein anderer Nar sie findet. Ja, aber... Nimm die Frakel. Ich werde vorgehen. Ich... Mein... Mein Schwert. Na ja, könnte ich ja wieder Quartus rücken mit dem Schmied. Er hätte ja sonst ein Schwert nehmen müssen. Ist das so? Jetzt stirb nicht gleich, weil du hier runterspringen sollst. Ach, volle. Na? Ja, mir auch egal, ob du kommst oder nicht, ne? Guck mal. Die Katzen geht auch ohne dich. Ach, du Scheiße. Nach Pythagoras bewegt sich die Seele durch Spalten in der Erde. Wie ein Lichtstrahl. Sie entzündet Feuer. Und Feuer steht für Wissen. Hört heute den Ebel. I see what you did there. Okay. Okay, dann warten wir mal wieder so ein bisschen rum. Danke, du behinderte Kamera. Ich habe auch ohne dich festgestellt, wo ich hin muss. Meine Güte. Hui. Das ist ja noch einfach. Noch. Gleich kommt es wahrscheinlich ein bisschen später. So. Fackel, fackel. Cool. Okay. Du hast es fast geschafft. Das sehe ich. Du hast leicht reden. Ja, vorhin war es nicht so eine beschissene Kamera. Die dich nicht mal an mir ganz kurz erkunden lässt, was hier los ist. Ja. Jetzt. Mein Gott. Das ist so ekelhaft mit dieser Kamera. Wer hatte bei Ubisoft die Idee, ja Bocker, das wird die Spieler alle voll... Das werden die Spieler voll geil finden. Ich spiel wahrscheinlich hier eine Spiel nicht. Den keiner sagt, hey Leute, es war ganz nett und so, aber es ist ein scheiß Video, macht es raus. Und sie so, nein, nein Mann, wir haben da auch mindestens zwei Minuten dran gesessen. Naja, das können wir nicht einfach so viel raus machen. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Das ist unser Markenzeichen. Schlechteste Kamera in einem Video spielt. So. So. Müssen wir da noch rein bauen. Yay. Wir hätten uns auch durchbrechen können, ne? Wir müssen weiter. Ja, wach. Ich schätze, Salahie verschleudert mit Freuden meine schwer verdienten Florin. Er ist sicher zu Hause. Das beruhigt mich. Wegen des Geldes, natürlich. Du musst mir nichts vormachen. Salahie passt zu dir. Du hast meinen Segen. Ich, ähm... Leonardo da Vinci findet keine Worte. Ah, eine Premiere. Alter, die Bilder. Der Raum ist etwas dunkel. Wie gut, dass da diese Feuerfackeln sind. Alter, wieder guckt man. Was geht bei ihm ab, man? Hörst du das? Der Wind pfeift. Ja, ich höre ihn. Alter. Der pfeift nach uns. Der findet uns bei ihm. Das ist ja... Faszinierend. Ich hab mich an sein Pickelgesicht festgehalten. Aha. Nun komme ich wieder hier hoch. Das ist schön. Ach so, dann noch drücken. Ah, ich ziehe. Hui, ups. Das war nicht so. Das war nicht so beabsichtigt. Was ich immer will, dass du spürst. Das war mein Fehler. Ja, hoch da. Nicht hoch da. Hä? Das habe ich nicht gesehen, aber ich hab's einfach mal ausprobiert. Hey. Wir hatten Erfolg. So, dann halt dich mal an der Pickelfresse fest. So, dann furzt er jetzt raus. Das Rad dreht sich. Du bündelst den Wind. Weiter so. Hippi. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Kamera. Nicht witzig. Spast. Spasti. Ja, jetzt. Ja, da. Guck mal. Guck mal, klettern. Ja, Ezio. Du bist so schön. Du bist so toll. Du bist der Ezio, der scheiße ist und stinkt aus dem Maul. So. Jetzt geht's kaputt. Komm schon. Jawoll. Geh kaputt. Geh kaputt. Verrecke. Jetzt trefft man nicht mit dem Bassgeräusch. Schnappter. Nur noch ein letzter Raum. Dann sind wir im Zentrum. Yay. Ich kann's kaum erwarten. Scheiße. Wer hat hier in die Tuning gestellt? Akonit. Geil. Keine Ahnung, was das ist. Weißt du, weil ich freu mich auf jeden Fall, dass ich das gefunden habe. Und eins wäre die Winde, kleine. Lass mal mal feuern. Ja, schön. Gut, da soll die Fackel mitgenommen haben. Ach du Scheiße. Wie unerwartet. Entzückt. Das Feuer des Wissens. Korrekt. Für die Pythagorea wird Harmonie erreicht, wenn aus der Vielfalt eine Einheit wird. Wenn viele Gedanken sich zu einer einzigen Idee kombinieren. Geile Sache. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Da nach oben. Das klingt witzig. Machen wir's da einfach mal. Das war ja einfach. Such. Könnte helfen, wenn ich stürze. Oder wenn ich kalt würde. Oh, wie erleuchtend. Sehr löslich. Eine kleine Spaßmache. Hui. Hui. Nein. Nein. Das war knapp. Knapp Biggestone. Hui. Waaah. Lass noch einmal springen. Na los. Ritz, Ratz, Roms. Mit mir die Schmerzen labern. Oder ist das einfach nur Öl und ein Funken entfachtes? Keine Ahnung. Ich glaube, hier ist es laber. Noch einmal, aber es ist schöner. Und noch einen letzten, dann haben wir's. Fürchte ich. So, wo ist denn der letzte Herrschalter? Wo ist denn der letzte Herrschalter? Da habe ich mir noch mal nichts. Ah, so, nein. Okay, in der Ecke. Gut. Hui. Wupsala. Fehlgeschlagen. Das interessiert mich jetzt aber. Tüberweise auch. Wenn es nichts gibt, was mich in dem Spiel interessiert. Aber das ist jetzt echt heftig. Ich glaube, dass er sich einfach nicht festgehalten hat. Dann nochmal da rüber. Jawohl. Wie gut, dass er sich einfach nicht festgehalten hat. Okay. Da solltest du gar nicht hin. Da musst du auch in Ordnung. Finde ich auch gut. Ich wollte eigentlich da hin, auf die kleine Rütze. Aber hier geht's auch. Hier geht es auch. Ist mir wurscht. So, sollen wir jetzt da rüber springen? Ja, das war knapp. Yippie. Das letzte Mal. Hoho. Halleluja. Ja, es geht kaputt. Hups. Hups. Die Einheit ist erreicht. Aber die Tür öffnet sich nicht. Sachen gibt's. Vielleicht muss ich rein spucken. Rappu. Nicht. Leonardo, komm her. Oh. Jetzt wird's ernst. Erkennst du die Symbole? Nein. Warte. Das sind die Symbole, die mir damals der Edenapfel gezeigt hat. Aber die Reihenfolge. Lass mich mal. Wenn ich sie neu ordne. Fertig. Wie unsere Grundämpfe. Das ist schon witzig. Interessant. Ich kenne diese Architektur. Das ist nichts Pythagoreisches. Am 43, 39, 19, N, 75, 27, 42 und W. Nichts. Der Hermes-Kult irrt sich. Die Zahl bedeutet gar nichts. Du gehst schon? Keine Zahl kann die Welt heilen. Komm, mein Freund. Ich brauche ein Schiff nach Navarre. Ich muss das mit Cesar beenden. Das richtet sich nicht an uns. Etzio, was verschweigst du mir? Woran arbeitest du sonst noch? Nun, ich habe einige Obduktionen durchgeführt. Und König Ludwig XII. scheint mich als Ingenieur anheuern zu wollen. Oh ja, und ich denke daran, das verbrannte Johannes-Gemälde nachzumalte. Salai würde wieder Modell stehen, versteht sich. Und vielleicht werde ich Frauen mit Kindern studieren, um zu sehen, wie sich ihr Körper verändert. Interessant. Ja, GPS, ich wollte schon sagen, das sind doch Koordinaten, ne. Warum wir sie uns hinführen werden, nicht, wa? Aber ich schätze mal, Leonardo wird sich die schon merken und dann... ...wird da uns das auf einer Karte als falsch oder Bescheid sagt. Huch, was? Äh, Desmond mal, verborgen der Absinne. Äh, Desmond, Junkty haben wir gefunden, wovon wir gesucht haben. Lucy hatte recht, was jetzt hier das Innensplitter angeht. Er hat uns, äh, er hat uns durch Leonardo da Vinci seine Geheimnisse offenbart. Du hast uns wertvolle Zeit erspart und davon haben wir immer weniger. Bitte erzähl Lucy und Schorn, nichts von der Entdeckung und unsere Sicherheit hängt davon ab. Ich muss jetzt gehen, weil wir werden uns bald treffen. Äh, okay. Du schon wieder, der verborgende Mensch. Ui. Na, das war ja mal ein extra langer Part. Ähm, ich hoffe, der hat euch so ein bisschen gefallen. Und... Wir sehen uns im nächsten Part von Assassin's Creed Borderhut wieder. Äh, das ist irgendwie, seitdem ich so Steckzettel... Wahrscheinlich hier unten. Ähm, will ich jetzt noch aufreißen? Was will ich jetzt noch? So, okay. Und damit, tschüssi!